Das Wichtigste zur Olympia-Eröffnungsfeier auf der Seine. Wichtige Informationen zur Olympia- Eröffnungsfeier. Die Olympischen Spiele 2024, die ab dem 26. Juli in Paris stattfinden, versprechen ein spektakuläres Ereignis zu werden. Besonders die Eröffnungsfeier auf der Seine, die als revolutionär gilt. Es wird nicht nur eine Feier des Sports sein, sondern auch eine Hommage an die Kultur und das Lebensgefühl der Stadt. Die Veranstaltung wird eine der größten ihrer Art in der Geschichte der Olympischen Spiele sein, da sie erstmals außerhalb eines Stadions stattfindet. Glaubt man den Organisatoren, wird der Fluss die Kulisse für eine mitreißende Show bieten. Die Eröffnungsfeier wird entlang der Seine stattfinden und erstreckt sich über etwa sechs Kilometer in der Innenstadt von Paris. Es wird erwartet, dass bis zu 600.000 Zuschauer die Gelegenheit haben werden, das Spektakel live zu erleben. Diese Manifestation wird ein Paradebeispiel für die Integration von Sport und Kultur sein. Und die Organisatoren haben betont, dass sie den Spirit der Olympischen Spiele inmitten des historischen Ambientes der Stadt zur Geltung bringen möchten. Laut Informationen von offiziellen Stellen könnte die Veranstaltung einen neuen Standard für zukünftige Olympiaden setzen. Besonders spannend ist, dass sich die Athleten nicht wie gewohnt in einem Stadion versammeln werden. Stattdessen werden sie auf Booten über die Seine reisen. Diese innovative Idee wurde entwickelt, um den Bürgern von Paris und den Besuchern ein einmaliges Erlebnis zu bieten. Die Organisation hat angekündigt, dass der Fluss nicht nur als Transportweg dient, sondern auch als Bühne für verschiedene künstlerische Darbietungen. In diesem Zusammenhang haben die Macher der Veranstaltung angekündigt, die Ufer der Seine mit eindrucksvollen Lichtinstallationen und Performances zu bezaubern, um die Zuschauer in den Band zu ziehen. Ein weiterer interessanter Aspekt wird die internationale Diversität der teilnehmenden Athleten sein. Die Organisatoren haben sich verpflichtet, eine möglichst breite Vertretung von Ländern und Geschlechtern zu gewährleisten. Es wird erwartet, dass eine Rekordzahl an Nationen vertreten sein wird, was die Eröffnungsfeier zu einem globalen Ereignis macht. Stimmen aus dem internationalen Sportumfeld haben sich bereits positiv zu den Plänen geäußert und hervorgehoben, dass sie energisch auf die Förderung des olympischen Geistes ausgerichtet sind. Darüber hinaus werden auch Themen wie Umweltschutz und Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle spielen. Die Organisatoren legen großen Wert darauf, dass die Eröffnungsfeier ein umweltfreundliches Event darstellt. Das Konzept sieht vor, dass alle Materialien, die für die Feier benötigt werden, aus nachhaltigen Quellen stammen. Zudem wird die Verwendung von Transportmitteln, die die Umwelt schonen, gefördert. Die Stadtverwaltung hat bereits betont, dass Paris 2024 ein Vorbild für zukünftige olympische Spiele im Hinblick auf ökologische Verantwortung sein möchte. Um der Veranstaltung einen festlichen Charakter zu verleihen, wird außerdem ein großes Konzert im Anschluss an die offizielle Eröffnungsfeier geplant. Hierbei sollen Künstler aus aller Welt auftrumpfen und die Zuschauer mit Musik und Tanz begeistern. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren und das Interesse in der Öffentlichkeit ist bereits geweckt. Ein Seitenaspekt, der ebenfalls nicht außer Acht gelassen werden sollte, ist die Sicherheit. Die Behörden haben Maßnahmen angekündigt, die dafür sorgen sollen, dass alle Besucher eine sichere und angenehme Erfahrung haben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris einen neuen Maßstab setzen wird. Die Verbindung von Tradition und Moderne, die beeindruckenden Kulissen der Sein und der Fokus auf Nachhaltigkeit und Diversität sind Aspekte, die diese Veranstaltung einmalig machen. Die Vorfreude auf das Event ist bei Athleten, Zuschauern und der gesamten Sportgemeinschaft spürbar. In den kommenden Monaten werden weitere Informationen zu den Programmpunkten und den teilnehmenden Künstlern erwartet, die sicherlich das Interesse weiter anheizen werden. Autor mit Datum Sekt, 26. Juli 24.